Hans Fitze war ein deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher, Regisseur und Theaterintendant. Leben und Werk Der 1903 geborene Fitze absolvierte ab 1920 zunächst eine Lehre als Bankkaufmann, trat aber nebenher auch als Pianist und Kapellmeister auf. 1932 gelang ihm die Aufnahme in die Schauspielschule des Deutschen Schauspielhauses Hamburg, an dem er auch sein erstes Bühnenengagement als Schauspieler erhielt. Es folgten weitere Theaterstationen in Hamburg, Bonn und Köln, ehe er endgültig in Hamburg seine künstlerische Heimat fand. 1945 übernahm er die Leitung der städtischen Bühne im Kriegszerstörten Hamburg-Harburg und versammelte in dieser schwierigen Zeit ein Ensemble um, sich, mit dem er auf provisorischen Bühnen in Harburg spielte. 1949 stellte Hamburg die Finanzierung des Stadttheaters ein, worauf Intendant Fitze nun das Haburger Theater als Privatbühne weiterführte. Seit 1954 leitete er auch das Altonäer Theater als Privatbühne weiter. In seiner fast 50-jährigen Tätigkeit als Prinzipal inszenierte Fitze über 250 Bühnenstücke und trat selbst in mehr als 350 Rollen auf. Zeitweise hatten Fitze und sein Ensemble mehr als 10.000 Abonnenten. Er war mit der Stadtteilbespielung und eigenen Abonnementsreihen in Wandsbek und Bern vertreten. Dabei legte er Wert auf traditionelle Inszenierungen. Fitze leitete das Altonäer und Harburger Theater bis zum Jahr 1994, als er auf Druck der Kulturbehörde die Intendanz niederlegte. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und Subventionskürzungen wurden beide Theater vorläufig geschlossen. Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens galt Fitze nach 49 Jahren als dienstältester Intendant weltweit. Neben seiner umfangreichen Bühnentätigkeit trat Fitze vereinzelt auch in Film- und Fernsehproduktionen auf so U.A. neben Hans Albers in 13 Kleinassel und der Sonnenhof. Außerdem übernahm er Gastauftritte in Fernsehserien wie Unser Haus in Kamerun und Gestatten Mein Name ist Cox. Darüber hinaus lieh er als Synchronsprecher seine Stimme U.A. Michael Hordan, Mervin Jons und Josef Tomelty. Fitze war seit 1949 auch umfangreich als Hörspielsprecher beim NWDR Hamburg und dessen Nachfolger dem NDR im Einsatz. Dazu gehörten auch eine größere Anzahl an Mundart-Hörspielen, bei denen er gemeinsam mit dem Ensemble des Ohnsorg-Theaters auftrat. Hans Fitze war mit der Schauspielerin Elke Alf alias Elie Fitze verheiratet, die ebenfalls lange Jahre am Altonäer Theater spielte. Filmografie 1949 Der Ruf 1951 Der Verlorene 1953 Im Banne der Guanay 1958 13 Kleinassel und der Sonnenhof 1961 Das letzte Kapitel 1961 1961 Unser Haus in Kamerun 1964 Das Kriminalgericht der Fall Kalmette 1965 Gestatten Mein Name ist Cox 1966 Hafenpolizei Die neue Spur 1975 Tatort Kurzschluss Hörspiele 1949 Frauen ohne Hafen Regie Gustav Burmester 1949 49 Schiff ohne Hafen Regie Fritz Schröder-Jahn 1950 Sam Smolls Abenteuer Regie Kurt Reis 1950 Ein Sohn der Sonne Regie Kurt Becker 1950 1950 Keleben Regie Otto Kurt 1950 Götter, Gräber und Gelehrte Regie Gustav Burmester 1950 Der Sprung über den Schatten Regie Fritz Schröder-Jahn 1950 Der Eiserne Turm Autor und Regie Günther Schnabel 1950 Die Tödlichen Sterne Regie Fritz Schröder-Jahn 1950 Hundert Kronen Regie Kurt Reis 1950 Bummel durch den November Regie Kurt Becker 1950 Einer zahlt seine Schuld Regie Fritz Schröder-Jahn 1951 Bummel durch den Dezember Regie Kurt Becker 1951 Wer Pech berührt besudelt sich Regie Werner Hausmann 1951 Die Glücksritter oder Fortuna Herr zu mir Regie Gustav Burmester 1951 Bummel durch den Januar Regie Kurt Becker 1951 Bummel durch den Februar Regie Kurt Becker 1951 Bummel durch den April Regie Kurt Becker 1951 Segeln ein Sport für Männer Regie Rudi Fisch 1951 Das Geheimnis der Jose mit die Indianer Regie Kurt Reis 1951 Der Weg zum Weltraumschiff Regie Fritz Schröder-Jahn 1951 Herr Onig sucht seinen Mörder Regie Hans Rosenhauer 1951 Bummel durch den Juli Regie S.O. Wagner 1951 Bummel durch den August Regie Hans Rosenhauer 1951 Der Teufel fährt im D-Zug mit Regie Fritz Schröder-Jahn 1951 Wir bauen unseren Kohl Regie Rudi Fisch 1951 Bummel durch den September Regie Hans Rosenhauer 1951 Vater braucht eine Frau Regie Fritz Schröder-Jahn 1951 Bummel durch den Oktober Regie Hans Rosenhauer 1951 Beruf und Berufung Regie Hans Rosenhauer 1951 Der Staatstreich Regie Fritz Schröder-Jahn 1952 Fawul-Bendrowski Regie Gerd Westphal 1952 Aus dem Leben eines Arztes Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch erzählt Regie Fritz Schröder-Jahn 1952 Der Seelengreifer Regie Hans Rosenhauer 1952 Bummel durch den März Regie Hans Rosenhauer 1952 Ballade vom Meer Regie Gustav Burmester 1952 Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück Folge Tumult beim Fußball Regie Gerd Fricke 1952 Das große Uhrwerk Regie Fritz Schröder-Jahn 1952 Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück Folge Der 13 März Regie Gerd Fricke 1953 Begegnung im Balkan-Express-Regie Gerd Westphal 1953 Gopsch Regie Fritz Schröder-Jahn 1953 Ons Wien-Galtüem Regie Günther Jansen 1953 Gott-Sien-Spielmann Regie Hans Tügel 1953 Datmotiv-Regie Günther Jansen 1954 Smuggelmayr Regie Günther Jansen 1954 Holländisch-Niederdeutsche Stunde Zwei Kurzhörspiele Regie Hans Tügel 1954 Frickamen Regie Günther Jansen 1954 Greta Regie Günther Jansen 1954 1954 D.W. W. Nahrus Regie Günther Jansen 1954 Da Tat ist Glücker Regie Hans Tügel 1955 Mary Celeste Regie Otto Kurt 1955 Prozessakte Vampir Regie Hans Gerd Berg 1955 Asmus Carsten Söchton Niederheimat Regie Hans Tügel 1955 Der Nieder auf Schahörn Regie Kurt Reis 1956 Die Bürgermeister V.U.N. Lütten Bramdörp Regie Hans Tügel 1956 Die Apebumi N.N.Hoff Regie Günther Jansen 1956 Bunte Madels Regie Günther Jansen 1956 Die Wohnenweg auf Kümpt Regie Hans Tügel 1956 Die Rugelhoff Regie Hans Tügel 1956 Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück Folge Überfall in der Julianstraße Regie Gerd Fricke 1956 Stratenmusik Regie Hans Tügel 1956 Südamerikanische Wohl Regie Günther Jansen 1957 Der Mann, der nicht schlafen konnte Regie Hans Rosenhauer 1957 Stört ihn nicht an die Nes Hannes Regie Günther Jansen 1957 Die Furcht hat große Augen Regie Hans Tügel Paradies Doden Regie Hans Tügel 1960 Die Verloren Söhne Regie Hans Tügel 1961 Marschmusik Fürth Leben Regie Hans Tügel 1962 Die Dienstplan Regie Kurt Tim, 1964 Schalterdienst-Regie Kurt Tim, 1964 Dat Avedil-Regie Otto Lüthier, 1965 Sös und Sösdich-Regie Kurt Tim, 1965 Die Grüne Muskant-Regie Kurt Tim, 1966 Die Svarte Haaren-Regie Kurt Tim, 1968 Die Windbüttel-Regie Kurt Tim, 1968 Vergeten Willkrem-Hildenich Regie Kurt Tim, 1973 Das Sonderbare Telefon-Regie Gustav Burmester Datum Unbekannt Die mit der Tecken-Regie Kurt Tim, Ehrungen 1969 Otto Bram-Medaille der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger 1972 und 1973 Silberne Maske der Hamburger Volksbühne 1973 Bundesverdienstkreuze erster Klasse 1980 Biermann-Ratien-Medaille des Hamburger Senats 1986 Medaille für Kunst und Wissenschaft des Hamburger Senats 1992 wurde Fütze zum Professor ernannt. Am 16. April 2003 Fütze wäre an diesem Tag 100 Jahre alt gewesen, wurde ein Teil der Straße Küchgarten in Hamburg-Karburg-In-Hans-Fütze-Straße umbenannt. Im Haus Küchgarten 33 hatte Fütze bis 1994 gewohnt. Zudem war in dem heute von der Akademie Hamburg für Musik und Kultur genutzten Haus die Geschäftsstelle und Probebühne des Theaters untergebracht. Im November 2003 wurde am Altonäer Theater auf Bestreben des Altonäer Bürgervereins und der Patriotischen Gesellschaft von 1756 eine Gedenktafel angebracht. Zusammen mit seiner 2008 verstorbenen Frau Elke Alf erhielt Hans Fütze im gleichen Jahr ein Ehrengrab auf dem Haburger Neuen Friedhof. Seit 2013 weisen im Foyer des Archäologischen Museums Hamburg ein Foto und eine Tafel auf die Verdienste des Künstlers hin.